Jetzt sind wir in Playa Blanca angekommen und Playa Blanca befindet sich genau gegenüber von Coralejo in Fuerteventura, die Nachbarinsel. Ja, jetzt sind wir direkt hier am Hafen in Playa Blanca. Man sieht den Strand hier hinter uns und im Horizont, wenn man das jetzt hier erkennen kann, hier ist die Linias Fred Olsen oder die, ich sehe es nicht genau. Auf jeden Fall, das sind zwei Schiffe, die Personen als auch PKWs und LKWs hier von Lanzerote nach Fuerteventura bringen und auch wieder andersrum. Das Ganze geht ungefähr eine Stunde bis, je nach Seegang sogar anderthalb Stunden und ja, es ist eine feine praktische Sache. So kann ich von einer Insel zur nächsten Insel hüpfen mit der Fähre und kann mit meinem Motorrad, Auto, LKW, je nachdem hier herumfahren. Also ich bin nicht alleine auf eine Insel angewiesen.